Warte, 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 ernsthaft, Kiri. Oh, Kiri, du Camper, was wollt der Scheiß? Ich wollte gar nicht campen. Ich hab grad nur überlegt, was ich machen kann. Ja, campen, wow, was ne Lösung. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen privaten Match zwischen Janik, Kiri, mir und einem hässlichen Bot, der wahrscheinlich wieder mit Woffy System spielt. So, eben die Runde war endgeil. Ähm, ja. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, was jetzt so geht. Will jemand Fairy Solitaire haben? Da muss er nur noch ein Euro... Das ist irgendwie Solitärspiel mit Fäden im Hintergrund. Will jemand das haben? Also, da hab ich 75... Also, einen 75% Rabattgutschein drauf. Da muss man nur noch einen Euro bezahlen. Der Bot spielt schon wieder mit Einsatzschritt. What the fuck. Danke, Janik! Alter, Junge, das ging grad gar nicht. Was hab ich... Oh, Janik, ja, ja. Ihr spielt alle mit dem Stillfeuer-N-MP. Aber ich spiele selbst damit. Und bei C4 muss ich echt mal Kling kennen. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Nee, echt. Blitzmerker. Boah, wo spawne ich denn? Kiwi, jetzt im Ernst? Was? Nicht im Ernst, oder? Was? Claymore! Ah, schön. Ah, das war jetzt sehr ungünstig. Ihr seht, mein Skill wächst mal wieder heute an Bäumen. Alter, niemand will dein Skill. Niemand will DEIN Skill haben. Weil er dann C4 spielen muss. Ich mein, ich mach das jetzt nur, Kiwi ein bisschen zu nutzen. Ach, nee, stimmt. Und deswegen spiele ich ja mit Scorpion. Oh, Scorpion. Ja, okay, letzte Runde war der Bot wesentlich, ähm, cooler. Weil er mit Woffy System gespielt hat. Naja. Oh, da oben war noch einer. Boah, mein Janik! Ich muss kein... Was hast du gesagt? Ich muss campen. Boah, meine Stimme fuckt aber auch ich ab immer wieder, ey. Janik, ich glaub, willst du deine Stimme zufällig zurück? Kiwi musste dich in Janik und meine, ähm, Angelegenheiten reinwischen. Oh, Gott. Aufsensichtlich. Diese dämliche Hunter-Killer. Ja. Ja, klar! Will sehen, will sehen, will sehen, wie du geflasht hast. Ah, schade. Ah ja, war die falsche Granate. Upsi. Ja, ich wollte nämlich eine andere Flasche eigentlich reinmachen. Eine andere Handgranate reinmachen. Kiwi? Ja, boah, ey, komm, letztes Mal hat das Messer viel besser funktioniert, ey. Oh, komm, dieser scheiß Bot, im Ernst. Bots spielen immer mit F.A.J., Janik. Nicht immer. Manchmal auch mit Small. Oder Einsatzschild. Obwohl Einsatzschild ist ja primär, egal. Alter, wie schlecht. Alter, du Scheiß, fick dich! Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Feindliche Drohne nähert sich. Ey, Gott. Alter, wie lange du gebraucht hast. Egal, ich war Konterdrohne machen. Aufnahme halt. Bei Aufnahme sitzt der Skill aus, das weißt du doch, Janik. Na. Ich hätte nicht geschafft. Nein, boah, Janik. Kannst du dich einmal nicht in Kirans und meine Angelegenheit einmischen? Jetzt ist es auf einmal unsere. Boah, Kiwi, schäm dich. Was denn? Claymore. Schäm dich. Boah, scheiße, Janik. Ah, da ist ja noch einer. Nein, mein Kiwi, du Noob. Ich hab ihn dir schon angefegt. Oh, der Bot hätte mich fast getötet. Nein. So eine Scheiße. Na. Na. Alter, Junge, ey. Nein, ich bin nicht alt. Ich kenne alle. Kiwi, willst du auch mal eine Runde aufnehmen? Hast du mir doch gestern gesagt. Ja. Alter, jetzt im... Oh, komm. Ja, ja, aber mir sagen, ich campe. Nein. Gott, das war so spät. Man, ey, da nimmt man einmal eine feindliche Waffe aus, aus Versehen. Weil man einmal eh zu viel gedrückt hat. Komm, ey, so wixier. Du bist doch wixier wie Senf, ey. Ha! Faktisch. Feindliche Drohne, nerzig. Janik, du Hurenkind, wo bist du? Kiwi. Yes! Wie soll das ein Einsatzschild? Weil die... Weil ich es gerade aufgeschoben habe. Wie gesagt, einmal eh zu viel gedrückt. Okay. Kiwi. Boah, Alter, ich drücke eh viel zu oft. Oh, scheiße. Ja, eh zu oft drücken. Leute, das kann ich euch nur ans Herz legen. Macht das niemals. Alex, du kannst auch einfach nochmal Granate werfen drücken. Wenn du C4 explodieren lassen willst. Warte, wieso gebe ich dem Tipps? Hallo? Cheater-Bot? Ja, klar, nicht getroffen. Hm, klar. Klar, Botti-Bott. Bottisch. Oh Gott. Ich hab da nur drauf gewartet, ey. Ah. Boah, und dann kommt Kiwi auch noch von der Seite. Äh, ne, von Yannik kommt von vorn und Kiwi kommt von der Seite, ey. Wo war Kiwi denn? Kiwi war, glaub ich, hinter dir. Oder vor dir. Na, irgendwo in der Nähe. Im Haus. Irgendwo in deiner Nähe. Nein, ich war im Haus. Well done, ey, nee, well done. Ich hab sogar so gut mit dem C4 gezielt. Boah, komm, ey, Kiwi. Haha, was ist im Ernst, Alex? Der Bot kam ganz seelenruhig angelatscht. Das war das Auto? Was? Ja, C4-Auto, Roto du. Eigentlich C4 dich, aber... C4-D will mir einen C4-Klinik geben. Nein, Leute, das ist nicht asozial, was ich gerade mache. Oh, boah, Bot. Oh, nice, ein Schröter. Mit Silencer. Ja, hallo, KSG Silencer. For the wind. Okay. Boah, Alex, das ist die M1216, nutze Info. Ich weiß. Ja, Leute, dafür entschuldige ich mich jetzt mal. Ja, ich denke mal, ich hätte die Folge. Oh, Gott, was ist gerade los? Ah, 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 ah. Ah, Janik, du Botzer. Ah, ah, ah. Boah, ich freue mich ja wie Kiwi auf dem, der das Aufnahmen-Pesch hat. Alex, die Aufnahme zieht absolut so gut wie nix. Ach, doch. Du hast selbst noch nie aufgenommen, weil du ein Ruf bist. Und jetzt hör auf mich von hinten zu nehmen, ich bin nicht so schwul wie du. Warte, 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 ernsthaft Kiwi. Oh, Kiwi, du Camper, was wollt der Scheiß? Ich wollte gar nicht kämpfen. Ich habe gerade nur überlegt, was ich machen kann. Ja, campen, wow, was ne Löwe. Boah, ein V2, sag, okay, das war aber auch ne relativ dumm. Ja, ich stand da nur rum und habe überlegt, was ich machen kann. Der wollte nicht klettern, Mann. Okay, das war auch ein Kiefer. Jetzt im Ernst. Was du? Nein. Nein, nicht die Hunterkeller. Boah, Kiwi, ich habe ihn für dich schon angefickt. Okay, und du kriegst ihn dann immer noch nicht? Der ist die ganze Zeit ums Haus gelaufen. Das war scheiße. Eigentlich nicht wirklich, aber... Oh, das ist nur ein Arm, kein C4. Schädig. Ja, schade. Ich dachte, ich könnte man eigentlich... Oh, fuck. Oh, fuck. Hellstorm. Oh, ich habe nur den Bot getroffen. Ich dachte, das wäre Jani. Wow, wirklich Selbstmordhilfe. Ja, musste. Schäm dich so sehr. Schäm dich. Ich frage, wer hat den Kühl getroffen? Ja, ich habe nur kurz meinen Knife rausgelegt. Ja, ich habe nur kurz meinen Knife rausgelegt. Oh, was ist eine epische Aktion. Nee, was für eine Nubi-Aktion. Ah! Scheiß Bot, Alter. Ich kriege ihn nicht tot. DTF, Kiwi, Junge. Ich bin gerade am Aufnehmen und kriege den Tod. What the fuck? Janik, du scheiß Knife-Runner. Ich habe nur kurz meinen Knife rausgenommen, weil ich ihn nachladen muss, damit es zu lange gedauert hätte. Boah, Kiwi, im Ernst? Was denn? Kiwi, du hast Janik wieder genannt. Wo ist der? Nein, der hat mich... Nein, rechte Maustaste, klemm doch nicht. Ja, genau, Alex. Red dich raus. Alter. Tja. Tja, bitch. Well done, Janik, well done. Na komm. Ich mache euch nochmal ein paar Punkte. Ich nimm... Ich lade sie ja in die Show. Wuuu! Hä? Scheiße. Wow, wow. Oh, nein! Oh, das war so eine Kinderfunktion. Ich wünschte, das wäre der Kill gewesen. Das wäre der Last Kill. Aber der Last Kill ist leider ein Bot-Kill, glaube ich. Oder? Kann sein. Ne, das... Da ist der Bot. Na ja doch. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Diese Folge wird garantiert nicht hochgeladen, aber wenn doch... Ähm, joa. Haut rein, Leute. Das ist auch... Ich lege da.